Die 4 P's haben wir uns schon angeschaut. Jetzt geht es konkret um das P für Promotion. Der Punkt Promotion beinhaltet sämtliche Kommunikationsmaßnahmen einer Unternehmung. Das sind Werbung, Verkaufsförderung, PR und die direkten Verkaufsgespräche. Das P für Promotion hat schlussendlich genau ein Ziel. Promotion sorgt dafür, dass die Kunden vom Produkt erfahren. Welche Maßnahmen man anwendet, hängt sehr stark davon ab, welche Produkte man anbietet und auch, an wen man es anbietet. Es gibt demzufolge kein Geheimrezept, wie man etwas perfekt vermarktet. Möchte man Konsumgüter verkaufen, so ist es in Anführungszeichen optimal folgende Gewichtung zu legen. Verkauft man hingegen Industriegüter, also Business to Business, sollte die Gewichtung eher so aussehen.